Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich muss es sagen, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater, ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen und über all das, was ich hier rede, soll keine Kaufempfehlung darstellen. Und viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, Alex, warum machst du sonntags ein Video? Warum soll es hier News geben? Es ist ja Wochenende, eigentlich passiert ja nichts. Ich sehe das ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt tatsächlich News heute am Sonntag und auf die gehe ich gleich ein. Und bevor ich da aber einmal drauf eingehe, wer noch Aufkleber haben möchte, unten in der Videobeschreibung ist die Anleitung zur Bestellung. Ich habe jetzt noch, wenn ich mal gucke, so 70, 80 Stück habe ich noch. Also wer Interesse hat, gerne unten einmal in der Videobeschreibung. Und kommen wir zum Kurs. Ja, minus 5,4 Prozent am Freitag geschlossen. Die Stimmung war trotzdem grandios. Und der aktuelle Kurs bei 43,34. Dann konnte man ja gestern nachbörslich, beziehungsweise am Wochenende handeln, bei Lang & Schwarz. Und hier gibt es aktuell ein Plus von 0,72 Prozent und liegt bei 44,21. Heute kann man natürlich auch noch mal handeln. Wundert euch nicht, das Video kommt oder das habe ich heute Morgen schon aufgenommen. Also bis dahin wird sich hier noch einiges verändern. Und ja, es gibt eigentlich sehr gute Nachrichten. Was sind die guten Nachrichten? Erstmal, die Optionen sind leicht gefallen und dann kommen wir einmal zu den Fails to Deliver. Da haben ja jetzt schon viele, viele, viele von euch drüber gelesen, dass es hier ja die Anzahl immer weiter steigt und diese eben ja irgendwann mal zurückgekauft werden müssen. Jetzt gibt es diese sogenannte Sales Hall Securities Liste. Hier steht AMC seit dem 25.06. auf dieser Liste. Das bedeutet, sie haben ihre Fails to Deliver nicht zum entsprechenden Tag zurückgekauft. Das bedeutet, dieser Tag plus 35 Tage. Und das wurde nicht passiert und dann haben sie noch mal eine, ja, eine Kulanzzeit von 13 Tagen und sie stehen somit seit dem 25.06. auf dieser Liste. Jetzt ist die Frage, was passiert bis dahin? Kaufen sie diese jetzt wirklich? Decken sie diese? Oder können sie wieder mit irgendwelchen Manipulationen hier wieder dabei vorbeigehen? Ein anderer YouTuber hat genannt, am 8. Juli soll oder könnte es zu meinem Kurssprung kommen. Ja, ich würde jetzt niemals irgendwie einen gewissen Tag nennen. Aber das, was er sagt, klingt natürlich absolut logisch. Und es gibt nur nicht oder nicht nur diese Argumente, sondern allgemein nächste Woche sieht aktuell sehr bullisch aus. Es sieht einfach sehr gut aus, dass hier wirklich etwas positiv oder beziehungsweise eine grüne Zahl am Ende der Woche steht. Morgen haben ja die US-Börsen geschlossen. Deswegen gehe ich eigentlich sehr stark davon aus, dass wir morgen auf jeden Fall in Deutschland eine grüne Zahl sehen werden. Und auf was ich mich am meisten freue, ist, dass die ganze Welt eigentlich auf uns Deutschland guckt. Oder auf uns Europäer. Denn, ja, wir können hier morgen wirklich den Kurs nach oben treiben. Das heißt aber natürlich nicht, dass es Dienstag so weiterhin bleibt. Aber bullisch sieht es auf jeden Fall alles aus. Und dann gab es, ja, wie soll ich es am besten sagen? Es gab eine gewisse Nachricht, dass Eisberg Research geht auf Short. Ich hatte auch darüber berichtet. Und leider, leider, leider habe ich mich hier auch, ja, wie soll ich es am besten sagen? Nicht beeinflussen lassen, aber mit Nachrichten abschrecken lassen oder mit Nachrichten, die falsch sind, ja, beeinflussen lassen. Denn jetzt hat sich herausgestellt, und man kann es hier einfach mal sehen, wie viel hier darüber berichtet worden ist, dass Eisberg einfach nur ein Ein-Mann-Unternehmen ist. Es wurde kürzlich erst, ja, gegründet oder beziehungsweise, ja, es steckt nichts dahinter. Nichts steckt hinter Eisberg Research dahinter. Und dass die so eine Position oder so ein Twitter-Bericht schreiben, ist einfach nur peinlich. Es kam jetzt auch heraus, dass hier wirklich, ja, sie im Prinzip eine Adresse angegeben haben. Ich muss mal kurz suchen, wo es jetzt ist, dass sie eine Adresse angegeben haben. Ja, hier, ihr seht es, das soll ihr Büro sein, Spaß natürlich, aber dass es gerade mal ein Ein-Mann-Unternehmen sein soll. Und komischerweise ist es jetzt so, es melden sich immer mehr Leute, beziehungsweise Unternehmen. Man sieht es hier, verfolgt Hindenburg Research, Citron Research und J Capital. Also alles komische Hedgefonds, die meinen, sie sind irgendwas. Also ich finde es einfach nur wirklich erschreckend, auf welchem Niveau sich die Hedgefonds mittlerweile herunterlassen. Also ich kann da wirklich nur drüber schmunzeln. Ich denke mal, die meisten von euch auch. Denn es ist, ja, es ist eine Verzweiflungstat, so würde ich das einfach mal nennen. Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht und einfach nicht mehr weiter weiß, dann tut man manchmal vielleicht Dinge, wie soll ich es am besten sagen, man tut Dinge, die eigentlich alles nur noch schlimmer machen. So mal kurz, leicht zusammengefasst. Oh ja, und dann gibt es die Nachricht, WallStreetBets, die große Reddit-Seite, hat nun ihre Seite auf privat gestellt. 10,6 Millionen Mitglieder hat diese Seite, also ich finde es extremst. Jetzt hat sich natürlich gab, oder es gab viele, viele Fragen, auch in meiner Telegram-Gruppe oder bei YouTube oder, oder, oder. Warum ist das so? Einerseits hieß es, sie werden gerade mit Klagen ohne Ende überhäuft. Dann heißt es, sie wollen die Bots einschränken. Mit den Bots, das ist wirklich ein großes, großes Problem. Also ich habe auch immer bei mir unter den YouTube-Videos immer diese Bitcoin-Geschichte da, wo auf einmal 20 Kommentare kommen. Oder bei Facebook diese komischen Bots. Das ist wirklich so die Frage, was sind die Hauptgründe hierfür. Man findet nicht wirklich ein Statement, also ein wirklich offizielles Statement, warum, weshalb. Aber ich sehe beides als Wahrheit, beziehungsweise als, ja, als logisch. Denn die Klagen, also ich glaube, die Hedgefonds werden demnächst wirklich sehr, sehr viel auf YouTube gehen. Es gibt amerikanische YouTuber, ihr wisst es, die haben 300.000, 400.000 Abonnenten. Während den Livestreams 60.000 Zuschauer gleichzeitig angeguckt und, und, und. Und da wird mit Sicherheit der ein oder andere definitiv eine Klage bekommen. Aber, und das ist das Schöne, ich würde mir hier überhaupt gar keine Sorgen machen. Es gab ja gestern auch so eine Situation bei mir. Ich sehe das Ganze total entspannt, denn wenn hier jemand Marktmanipulation macht, sind es die Hedgefonds und nicht irgendwelche YouTuber oder Facebook-Leute oder Reddit-Leute. Und dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, ob man hier noch ein offizielles Statement dazu sieht. Dann gibt es natürlich, ja, diese Nachricht hatte ich gerade schon gesagt, dann hier auch sehr lustig. Ein Mitarbeiter von Citadel hat ein oder hat bei Wall Street Bets etwas geschrieben und dann vergessen, sich auf Privat zu stellen. Dann kam heraus, er arbeitet bei Citadel, redet im Prinzip alle schlecht. Also, das ist, was ich gerade gemeint habe. Wer weiß, wie viel Euro oder Dollar, die er herbekommen hat, um hier irgendwas zu schreiben. Also, es ist einfach nur lächerlich. Es ist einfach nur noch lächerlich. Ja, Titanic Research schreibt sich gen long bei AMC. Und, dass eben hier sie auf jeden Fall, ja, positiv gestimmt sind. Das finde ich einfach hervorragend. Und, da wird es immer mehr geben, die hier aufs Boot einsteigen. Vor allem große Hedgefonds, Unternehmen und so weiter, die investieren möchten. Also, sehr coole Sache. Und, ja, man sieht es auch hier. Wall Capital, LLC sind auch long bei AMC. Da bin ich wirklich gespannt. Hier, Iceberg Research. Also, es ist einfach nur zum Todlache. Und, einige, ja, haben geschrieben, dass, was, oder warum fällt der Kurs so extrem? Man muss sich vorstellen, Citadel arbeitet mit neun Brokern zusammen. Diese bekommen, ähm, oder leiten die Orders an, ja, Citadel weiter und sie verarbeiten diese. Was macht Citadel? Sie leiten die ganzen Orders weiter in den Dark Pool. Nur die Sell-Orders, also die Verkaufs-Orders, direkt in den Markt. So, das bedeutet, die Aktie, die Börse denkt, es verkaufen mehr Leute als kaufen. Und, dementsprechend fällt der Preis. Das ist, ja, das ist, das ist schwer zu erklären. Das ist eigentlich nicht verboten. Andererseits ist es verboten. Also, ich kann es, sorry, aber ich kann es euch nicht ganz genau erklären. Oder mit einfachen Worten erklären. Auf jeden Fall müsst ihr euch vorstellen, ihr habt eine Zimmertür oder ein Zimmer. Da geht eine Tür rein und eine Tür raus. Im Prinzip geht alles in das Zimmer rein durch die eine Tür. Und alle Orders müssten durch die andere Tür wieder rausgehen. Was passiert? Aktuell ist es so, die ganzen Buy-Orders gehen ins Zimmer rein, bleiben aber in dem Zimmer drin. Und die ganzen Sell-Orders verlassen das Zimmer wieder. So kann man sich das ungefähr bildlich vorstellen. Und ich bin gespannt, ob Joe Biden hier wirklich langsam mal einen Riegel vorschiebt oder die SEC. Oder, oder, oder. Es kommt jetzt auch die DTCC-Regel. Ist jetzt im Prinzip aktiv. Es darf nur noch leer verkauft werden. Wenn man die Aktie auch besitzt. Und zu der entsprechenden Liste, die ich gerade gesagt habe. Sehr soll Securities-Liste. Muss man auch noch dazu sagen, dass, als bei GameStop der Kurs auch so durch die Decke ging. Wie er im Prinzip genau bei der gleichen Situation war. Das heißt, GameStop kam auch auf die Liste. Und kurze Zeit später ging dann GameStop durch die Decke. Das heißt nicht. Bitte Leute, bitte Zuschauer. Das heißt nicht. Verlasst euch jetzt auf meine Aussage, dass jetzt nächste Woche die Aktie absolut durch die Decke geht. Das heißt es überhaupt nicht. Wie gesagt, ich habe keine Glaskugel vor mir stehen. Aber, und das möchte ich einfach nur nochmal erwähnen. Man kann sehr viele Dinge von GameStop ableiten, was damals passiert ist und diese analysieren. Das ist absolut richtig. Aber ob die Umsetzung oder ins Praktische übergeht, ist natürlich die andere Sache. Aber sehr, sehr viel spricht dafür. Und ich kann nur nochmal sagen, und das sage ich eigentlich in jedem Video von mir. Aktuell, wenn man das mit diesen ganzen, ja nicht Fake-Nachrichten, aber jetzt zum Beispiel mit Eisberg-Research. Wenn man das wirklich mal so verfolgt und auch bei Reddit verfolgt, wie die Masse an Leuten noch extremer motiviert wird durch sowas. Weil es wirklich geil ist, wie die Leute hier tatsächlich, ja Dinge immer und immer wieder aufdecken. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir können einiges erreichen. Wir müssen nur dazugehören oder halten. Ob ihr es auch macht. Es gibt ja einige Kommentare, die sagen, mir dauert das langsam zu lange. Also hier seht ihr, hier soll die Adresse sein von diesem Eisberg. Es ist aber nichts unter der Adresse. Ihr müsst wirklich selber wissen, was tut ihr. Seid ihr bereit, hier zu zocken? Es ist ja, was ich immer sage, es ist eine Zockeraktie. Auch wenn es viele Argumente dafür gibt, dass es durch die Decke gehen könnte. Aber ihr müsst wirklich selber sicher sein. Wollt ihr das machen? Und das Ding ist, es gibt nur eine Sache, die man machen müsste, die wäre halten. Ganz einfach halten. Es kostet nichts, außer ihr seid jetzt hier wirklich mit Geld investiert, worauf ihr angewiesen seid. Aber dann muss ich wirklich sagen, hat man grundsätzlich einen Fehler gemacht. Sorry, dass ich so ehrlich bin. Denn man sollte natürlich immer nur das Geld investieren, was man bereit ist zu verlieren. Ja, das war ein Video zum Sonntag. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und würde mich ja, wie gesagt, freuen, wenn wir uns morgen wiederhören. Auf Wiedersehen.